Also, wir sind einige Moltee aus Heidelberg und wir sind sehr froh, heute hier bei euch sein zu können, mit euch das Chiemsee-Festival zu eröffnen. Und ich hoffe, ihr seid genauso bereit wie wir und seid bereit, ein bisschen mit uns zu springen heute. Und ich hoffe, ihr seid genauso bereit, ein bisschen mit uns zu spüren. Und ich hoffe, ihr seid bereit, ein bisschen mit uns zu spüren. Und ich hoffe, ihr seid bereit, ein bisschen mit uns zu spüren. Danke, dass ihr alle hier seid, ich wusste, dass wir springen können. Lass uns mal versuchen, die Deckel runterzuholen. Auch die Stellsten hier, wir werden sie niederbrechen. Wir sind die EI-Ring, aber wir sind die EI-Ring. Wir sind die Reggae-Festival. Das war's für heute. Ah, Gotteli, viel Dank. Ein Lüge, ein Lüge, das ist leicht.